Ja meine Lieben, herzlich willkommen in 7S3 und herzlich willkommen bei Armonacho. Ich bin jetzt ganz schnell am Laufen. Lauf, 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 lauf. Das sieht gar nicht mal schlecht aus. Aber ich habe jetzt keine Lust, keine Zeit fürs Zeitziehen. So, einmal da hinstellen, einmal... Oh, ja, 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 das ist ganz schön schwierig. Mach halt zu. Waffen, Waffen, Waffen. Ach, ich habe ja noch mehr Zeit, als ich dachte, machte da nicht so ein Stress, Alter. Warum? Oh, jetzt habe ich den ganzen Kram echt nur in der Tasche. Will ich nicht. Weg. Hier, brauche ich später zwei... Nein! So, den Bogen. Den würde ich ja ganz gerne mal ausprobieren. Die Shotgun ist immer gut. Und außerdem nehmen wir die Pistole. Und die bleibt jetzt erstmal hier. So. Ja, die kann ich mir eigentlich mit einer Tasche stecken. Ist auch. Ähm, die Pfeile sowieso. Und die mal jetzt mal... Warum? Mach es so. Fertig. Auf nach oben zum Kicken. Da haben wir schon mal... Die ist auch nicht geladen, weil zwar eine ganz blöd sind. Aber die ist, äh, geladen. Die ist geladen, sehr schön. Und die ist geladen. Ja, wunderbar. Ich habe übrigens jetzt doch keine Pause gemacht, weil ich habe jetzt... Als ich schon so spät war, direkt eingeschaltet. Ähm, also... Jetzt erstmal gucken, ich sehe von hier gar nichts. Ist doch doof. Gehen wir doch wieder runter. So. Und hier müssen wir sich einen guten... So. Das war ja mal wieder goldrichtig. Ähm. Goldrichtig? Hallo? Nein, ich habe kein Standbild hier. Das, äh, ich kann bewegen. Hallo? Also, ich... Bin... Nicht mehr zwischendurch draußen gewesen. Das lasse ich mir von Seven Days nicht erzählen. Wieso war da... Eigentlich nicht fertig. Hallo? Wo seid ihr? Hallo, Zombies? Die sind doch immer von da hinten gekommen. Oder nicht? Ja, natürlich. Das ist eigentlich... Wie ich bin... Wo ist er denn? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Hallo? Unten? Wieso unten? Warte, ich komme zu dir. Hat eine Überschwemmung hier unten. Ich bräuchte mal so ein... Ich bräuchte mal eine Pumpe. Ah. Wie, du bist gestorben. Und wieso bist du... Hallo? Entschuldige mal. Warum bist du alleine? Wo bist du jetzt? Also, es ist ein... Auch nicht. Oh, warte mal. Die... Das ist ein Stahl. Die kann ich brauchen. Ähm. Hallo? Wo hast du denn... Das ist definitiv ein... Aus der Fälle heute ein Zombie. Wo hat denn er seine Kollegen gelassen? Ein einziger... Ein einziger... Pantpilms? Ein einziger... Zombie. Tag 112. Ähm. Dankeschön. Ähm... Leute, das ist Arbeitsverweigerung. Ihr sollt hier herkommen. Ich hab hier alles schick gemacht. Extra für euch. Ich hab Laubeerkuchen dabei. Ein bisschen Wasser dabei. Kaffee und Alkohol gibt's hier nicht. Also zumindest nicht um diese Uhrzeit. Kein Kaffee. Alkohol hab ich nicht. Den gibt's um diese Uhrzeit. Hahaha. Hallo? 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 Aber das sieht ja schon irgendwo auch gespenstisch aus. Mit den ganzen Aufbauten hier. Vor allen Dingen, wenn da hinten diese... diese Tonne so anfackeln ist. Ja, weil denn nun? Gehen wir wieder zurück. Ja. Wenn das so ist... dann baue ich hier weiter als ein einziger zombie ich war zu lange im regen offensichtlich warum war jetzt da eigentlich das ding runter war gezeichen doppelpunkt weil ich das immer mache aber warum ich habe keine ahnung weil das im allgemeinen im realistischen sinne gemacht würde also machen wir es auch ein zombie wofür habe ich das hier alles gebaut für einen zombie das geht ja gar nicht gut kann ich die taschenlampe erstmal wegräumen ok plus zwei zombies ich glaube das ist ein farewellball so wie sie das anhört ähm warte tschüss äh so jetzt wisst ihr warum ich das hier oh brauche ich doch gar nicht warte mal ah jetzt kommen sie jetzt wollte ich spazieren gehen und jetzt ich bin hier dankeschön so warte mal du kannst aber auch nicht warten oder was so ich wollte doch eigentlich mal an dir kann ich das jetzt nicht ausprobieren da geht doch oh das hat sich doch äh das war schon mal gut ok wo sind die der hat sich auch verabschiedet ok ich höre noch einen der ist auch wieder unter was aber ach sowas los ach ich habe die ganze zeit meine leuchte an und ich erinnere mich schon ähm eigentlich wollte ich ja so machen oh oh ja du bist unter wasser interessiert mich jetzt gerade nicht sehr schön man kann ja ruhig zwischendurch mal schauen was die ähm an an geschenken mitgebracht haben halte ich nicht für wirklich verkehrt ob die wohl auch unter wasser funktionieren ich höre schon wieder nicht mehr hallo ja wo denn wo bist du wenn die ernsthaft warte mal ich versuche das mal das wäre lustig wie ich muss laden weil ich die aus dem Gürtel raus hatte oder was nein wo kommen die alle unter wasser ich will die nicht unter wasser ich will die über wasser wo seid ihr denn hallo Hund ich weiß nicht warum du wieder abgedackelt bist aber ja ich weiß dir ist kalt wir gehen auch wieder nach oben dann kommt sie wieder ins Schwitzen warte so äh was ist das denn muss ich die jetzt wegen jedem Schuss neu laden oder was ne verstehe ich nicht ok ich glaube jetzt lasse ich das Ding erstmal unten ach ne jetzt kommt er wieder an oder was ne wenn ihr da unten bleiben bleibt ihr da unten ja ja Alter Moment das geht mal gar nicht warten das muss ich ja erstmal wegen euch reparieren also müsst ihr warten Moment wieso hat denn der hier kaputt gemacht so das ist wieder gut ja ich komme wieder nach unten wartet das ist auch alles kaputt hm stirbst du ok dann äh brauche ich ja nicht nach unten kommen oder warum habe ich jetzt eigentlich den Blaubeerkuchen mach doch einfach so alles gut ja 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 wo sind die ganzen Zombies hin ok ich verstehe die verstecken sich da alle die machen echt mit mir ein Versteckspiel ich glaube das ja nicht Moment so und so hihi so und du wo bist du denn äh nein warte so und du auch geht nicht ja du bist mal ein bisschen hier bin ich ja verstehst du nicht ne verstehst du nicht und ich darf wieder alles reparieren und dann nur wegen dir so hast du jetzt davon warte mal so warte mitnehmen wo denn ja unten könnt ihr eigentlich kloppen wie ihr wollt das ist mir ehrlich gesagt relativ schon beinahe das ist ja jetzt vielleicht gescheuert nimm mal deine Leiche direkt du Zombie nein nein nicht die nein nicht die oh das das ist ja auch nütz ich weiß schon warum ich die Dinger in der Tasche gelassen läuft's ähm muss ich jetzt schon wieder nach unten kommen ja 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 die machen echt da hinten mit mir ein Versteckspiel immer wenn ich nach da hinten laufe kommt so um die Ecke die haben sich versteckt da hinten das alles wo denn ähm ah hier du bist kein Ferrel du doof lass das oder sehe ich so aus als würde ich das ah da ist ein Ferrel warte so okay das kannst du behalten das kann ich das ist ja vielleicht bescheuert hallo Ferrel du gefällst mir warte ich hau dich weil du mir gefällst und deswegen knocker ich dich jetzt immer ein bisschen an so jetzt sollte ich die Sachen aber doch mal übergangsweise oben in eine Giste reinpacken sonst ähm bin ich gleich wieder voll so klar im richtigen Moment war das Wasser weg okay was denn das der Mond die Sonne naja ist ja wurscht ähm das heißt das heißt wir müssen das eigentlich das ist schon wieder leer das wird ja das wird jetzt lustig wir gehen jetzt immer los holen uns zwei drei Zombies und dann gehen wir wieder raus und um ein bisschen platt ähm ja warum warum nicht so den hier tun wir aber vorsichtshalber doch wieder schließen ähm 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 so die lassen wir jetzt mal unten wenn ich die Tür auflasse komme ich ja nicht raus oder rein sagen wir es mal so ich hab dann leichte Schwierigkeiten warte mal das ist auch gut ne wir können jetzt nebenbei immer wieder ein bisschen reparieren dann gehen wir wieder los gründlich sind ein paar Zombies so zwei drei Stück tatsächlich da die schlafen warte mal ich bin ja noch nicht klar so okay das ist doch ähm Moment das war jetzt ein bisschen zu nah so und so und so und so ich bin ja schon hier warte mal ähm hier hallo 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 so jetzt hast du es aber verstanden ja geht doch hallo warte mal ähm schade ja wo bist du denn ich such dich ja aber wo ach die sind schon wieder unter mir oder was ja hier oben ist keiner jetzt musst du hier auch noch zum Besuchen ja ne also so ähm das war nicht abgemacht wirklich nicht jetzt muss ich ja ich muss ja jetzt hier doppelte Arbeit halten das geht nicht Leute das war nicht nicht abgesprochen ach da da brauche ich mich aber jetzt auch nicht und den hatte ich schon okay so hier oben noch irgendwas alle unten guckst du oben guckst du unten sammelst du ein bisschen ähm ja so lebst du noch warte mal ich versuche mal rüber zu kommen aber schön türkis das Wasser das hat ja ähm nette Farbe Möchen komm mal komm mal ja komm hallo hallo ok wollen wir nicht ja aber wo bist du denn jetzt hallo ich hab dich schon ich hab dich schon ganz vermisst so ach das ist ja auch nett jetzt weiß ich auch warum der so langsam gekocht ist da wollte er den nicht kaputt machen das hin du hast bestimmt wieder das ging fix ein Helm bei dir auch nicht schlecht wo bist du denn warte mal ich guck mal hallöchen ne hier 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 komm ja so ist fein so ist fein hast du fein gemacht und bitteschön nehm wir auch mit so da liegt ja noch irgendwas rum rum was ist denn das Militärhandschuhe ach komm hören wir da jetzt auch mit dem Glötzern mh jetzt gehen wir hier wieder einen Schritt hin und dann geht das ich brauch echt mal so ne so ne kellerpumpe anders läuft nicht genau genau alle mal schön explodieren bitte ich brauche ja auch doch so ich könnte schon noch ein bisschen Fertilaser brauchen ne aber das will ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt hier bei denen holen weil ich einfach die Lust nicht habe wir gehen jetzt erstmal wieder ein paar Zombies abholen dann bringen wir sie wieder nach Hause und ähm jetzt ist vorbei jetzt das ist unschön das nehmen wir mit aber wenn wir jetzt sowieso nach hinten das heißt erstmal gucken wir vielleicht müssen wir noch ein paar ähm von den Kindern aus dem Bälleparadies abholen von da sind die gekommen ne die haben die haben doch hier alle gepennt ihr könnt immer doch erzählen was ihr wollt die haben hier gepennt und immer wenn ich hier den Trichter verlassen habe dann sind sie aufgestanden aufgewacht und wollten mich mal eben äh bespaßen ja also das ähm ich finde das nicht nett wenn ich mir die Gehörn abholen muss jetzt mal ganz ehrlich das finde ich überhaupt nicht nett weil wofür habe ich den denn so eine Einladung rüber geschickt da ist auch einer okay also zwei, drei Stück sind dann auch hier gestorben ich weiß gar nicht warum da oben war da auch gar keiner oh das ist aber nett was war denn da hinten ja why not naja haben wir ein bisschen Wasser können wir auch brauchen ja ähm hm na guck an da hat es auch noch ein zerlegt ich würde mal sagen ich habe nicht sehr viel Munition gebraucht also irgendwie funktioniert das ja immer bei mir auf interessante Weise aber ähm also dass ich die jetzt hier abholen musste das ist mal äh das ist mal eine ganz neue Art so das hätte ich jetzt mal so gar nicht gedacht okay meine Lieben wenn es euch gefallen hat lassen wir gerne einen Daumen hoch da teilt es gerne auf eure Social Media es war nicht wirklich viel Betrieb hier gewesen definitiv nicht es war recht ruhig aber ich denke mal das war die interessanteste Horde die zumindest ich jemals in in diesem Spiel gesehen habe also ganz ehrlich ich habe noch nie eine Horde gesehen die ich erstmal abholen muss damit sie auch zu mir kommt vielleicht sollten wir mal ein paar Bustickets verteilen dann können sie zu mir fahren ähm oder denen irgendwie mal ein Moped schenken oder so dann funktioniert das wieder sagt ihr mir was ihr davon haltet ich finde es ehrlich und ja wir haben uns in der nächsten Folge bis dahin bye bye Ich bin dom